Wittenberge. Zwei Schecks über jeweils 750 Euro überreichte André Wormstedt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Prignitz, am 26. September an die Schulleiter der Elbland- und Jahngrundschule. Das Geld stammt aus den Einnahmen vom Brandenburgtag 2018. Hier konnten sich Besucher beim Schauprägen der Sparkasse für einen symbolischen Betrag einen Prignitz-Taler mit dem Motiv des Landesfestes in Zinn prägen lassen. Das gespendete Geld soll in den Schulen für die Anschaffung neuer Sportgeräte verwendet werden.